Für mich ist das hier nicht nur das Treffen. Das ist einfach wie eine zweite Heimat mittlerweile. Wir fühlen uns hier wohl, treffen Freunde, die wir über das ganze Jahr nicht sehen, weil wir einfach zu weit auseinander wohnen. Eigentlich war es bisher für mich immer ein ruhiges und entspanntes Zusammenkommen mit meinen Leuten. Alleine macht es sicherlich keinen Sinn, die Gruppe macht es, die Freunde machen es, die gemeinsame Zeit macht Spaß und auch, dass man geistig von dem wegkommt, was einen im Alltag beschäftigt. Aber das war das, was mir bisher wichtig war. Und jetzt aktuell merke ich einfach, der Fokus von dem aufgezählten jetzt geht einfach weg, weil man halt einfach durch die Behörden und durch die Problematiken hier am See, die ja auch allseits bekannt sind, einfach dahin den Fokus richtet, auch den geistigen Fokus richtet. Und das ist für mich dann keine Entspannung mehr, das ist für mich einfach schon ein Teil auch Anstrengung, würde ich sagen. Also wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue drauf, wir fahren ja immer mit der ganzen Clique hin. Wir haben immer Spaß, wir wollen schöne Autos sehen, keine Randale haben. Wir bauen eigentlich jedes Jahr für das Wetter ein neues Auto. Haben wir bis jetzt auch eigentlich jedes Jahr gemacht. Eine schöne Zeit vorleben und mit guten Erinnerungen nach Hause fahren. Wir bauen also zwei Untertitelung. BR 2018 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 And try to ease the pain Don't stay the same Love your neighbor, that's the labor Lately, I've been questioning my own path Who knows how long it will last or where it will go Now I take one step back And I watch what's going on And I release the need And though with a broken heart and mind And arms laid down You're a war and hate and arms left in The light of day and let Jesus show the way But hey, I'm not the collegiate And I'm Moses And it's down the way The most crazy stop in the state church Or elsewhere And Music And It's down the way こrustador Or I think Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020